Bist du 23? Noch, ja. Zwei Tage noch. Ich bin Jennifer, 23 Jahre alt und ich bin Maler und Lackiererin bei der Vonovia. Ich habe im Internet geguckt, bin dann auf die Vonovia gestoßen und dann habe ich erst mal ein Praktikum bekommen, habe mich dann bewiesen und dann habe ich die Ausbildung angeboten bekommen, die habe ich auch erfolgreich abgeschlossen und jetzt bin ich zwei Jahre schon ausgelernt. Ich würde Vonovia auch anderen empfehlen, wir haben nicht nur Maler, wir haben sehr viele andere Gewerke und wir arbeiten alle sehr eng miteinander zusammen. Ich tapeziere gerne, Boden legen tue ich sehr gerne, streichen geht so, aber ansonsten macht mir eigentlich alles Spaß. Die Arbeit ist super, die Teamkollegen sind super, ich kann mir auch nicht vorstellen woanders zu arbeiten.